Gut, dann wollen wir doch nach Hause gehen. Einen guten Morgen sagen. Hey, Bad Head. Hatte einen guten Schlaf? Oh, hi. Ja, ich habe es. Danke. Nice. Oh. Okay. Ich habe besser den Schlaf, bevor sie all das Wasser benutzen. Okay. Ich sehe dich. Hey, Sean. Frühstück. Also, das sieht schon echt nice aus. Und ich komme nämlich auf seine Haare klar, die sind einfach so rot. Adios. Das ist cool, dass sie uns ihre extra Gere benutzen. Wir sind weg. Oh, ja. Oh, ja. Ach so, ja gut. Das haben wir ja schon alles gesehen. Finns Zelt, Cassidy's Zelt. Cassidy scheint noch zu schlafen. Krieg man behaupten. So süß ist ihr zählt zu. Oh, Mann, ey. Ich bin froh, dass jemand wiederholt hat, dass Finn's back hat. San Diego, 18. Oktober 2016. Finn, danke für die Postkarte. Es war toll, wieder von dir zu hören. Ich liebe es, von deinen Reisen zu hören. Und im Ehrlich zu sein, lebe ich stellvertretend durch sie. Ich wollte immer mehr vom Land sehen oder sogar von der Welt. Doch ich bin einen anderen Weg gegangen, wie du es schon weißt. Ich weiß, wir haben schon darüber geredet. Doch nach 20 Jahren als Gefängniswärter habe ich zu viele Kinder gesehen, die ins und aus dem System geworfen wurden. Es kümmert uns nicht, wohin es für sie geht, wenn sie ihre Zeit abgesessen haben. Doch gerade dann sollte es uns am meisten kümmern. Wir kamen bei unseren ersten Treffen nicht miteinander aus. Wie du sicher noch weißt, tut mir noch leid. Aber ich weiß, dass ich beweisen musste, dass ich dir helfen will, bevor du mir vertraust. Ich war mir nicht sicher, dass es passieren würde. Lach nicht, aber ich liebe es, wenn man mir das Gegenteil beweist. Und das hast du getan. Du hast mir die andere Seite deines Schmerzes und deiner Wut gezeigt. Dass du Lernen und anderen, die allein in dieser Welt und ohne Freunde und Unterstützung sind, helfen möchtest. Ich bin froh, dass du eine Gruppe gefunden hast, mit der du vertrauen und mit der du reisen kannst. Ich mache mir immer noch Sorgen, wegen der Züge und allem anderen, aber das weißt du ja. Ich hoffe, dass du einen Ort findest, an dem du dich niederlassen und den du zu Hause nennen kannst. Ich weiß, das wirst du. Die Welt ist etwas schwieriger als damals, als ich in deinem Alter war. Doch jede Generation hat ihre eigenen beschissenen Hürden zu bewältigen. Ich bin stolz, dass du lebst, was du predigst. Ich hoffe, du bist in Sicherheit und frei, wenn dich dieser Brief erreicht. Ich kann es kaum erwarten, von deinem nächsten Abenteuer zu hören. Lass diesen alten Werter nicht zu lange warten. Ich brauche die Inspiration. Dein Freund Karim. Das ist echt cool. Ich bin froh, dass du einen Tränen mit einem Tränen mit einem Tränen schraubt hast. Finn hat mir etwas mehr über den Tränen schraubt gesagt. Diese Karte ist wie seine Bibel. Es ist wunderschön, ihn zu jünger sehen. Finn sieht so... ...innozentig. die welt verändert ein mhm Die Frau ist noch ein bisschen schlappiger als ich. Ich muss noch ein Backup-Signs haben. Sie ist sehr schlappiger als ich. Es ist schwer zu glauben. Ich liebe diese Bäume. Oh, ja. Oh, Hundi, hallo. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Hund so schlappig ist. Er ist nichts mehr. Ja, wie du hier nicht genug hast. Er ist so süß. Okay. Ich habe es geschafft. Ich bin froh, dass sie das seit der ersten Episode ein bisschen angepasst haben. Weil es ist deutlich leichter zu zeichnen. Man muss nicht mehr eine halbe Stunde lang die Maus bewegen, sondern es ist wirklich einfach nur so. Leichte entgegen. Sehr schön. Wie das immer fragt. Ich habe mich aber niemals das zulassen würde. Das ist schön zu Ende. Nein, genau. So und so. Das sieht doch richtig cool aus. American Graffiti. Kann ich mir vorstellen. Ich würde mal behaupten, dass das der Penny und das der Hannah ist. Ich habe Koffi. Koffi-Zeit, Sean. Man, Grasse, ich muss dich aufhören. Das Wasser ist ziemlich rar hier. Alles geht in die Pläne. Ah. Warte. Komm zurück. Wir haben keine Beine gesehen. Wir haben nicht mehr Beine gesehen. Mit all dem Trash, die sich umgezogen. Ja, und der hat zu viel zu verbringst. Ich habe ihn raus, bevor ein großer Joe hier kommt. Gut. Mann. Ich würde ihn nicht mehr zu verbringst. Ich würde ihn für jemanden wie das, in diesem früßenden Haus in Oregon. Verständlich, ja. Wo ist der Waschbeer hin? Der ist wohl süß. Wie ist der Tag heute? Ist es der 15. Oder? Es ist lustig, wie ich jetzt in der Forst bin. Hey, Jake. Wie geht's, Jake? Hey, Sean. Nicht viel. Was hast du da? Das ist ein Karte für meine kleine Frau. Nicht lachen. Aw. Das ist lustig. Wie alt ist sie? Sie ist 9 Jahre alt. Oh. Wie Daniel. Wie ihr erinnert? Ich vermisse ihn die meisten. Ich vermisse ihn die meisten. Ich bin ziemlich stolz, dass du mit deinem Bruder gehst. Aber ich glaube, es ist schwierig sein, dass er sein Bruder und Vater ist. Das ist mein Job, jetzt. Ja. Full-time Daniel Wrangler. Er ist wirklich glücklich, dass du mit deinem Bruder gehst. Hey, seitdem du so ein Pro-Big Bro, was ist ein guter Weg, um diese Lieder zu Ende? Ja. 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 Was ist sie denn? Ja. 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 Sean, danke dir wieder. Gar kein Problem. Er ist wieder ein sehr sympathischer Mensch. Und ich glaube, ich möchte Big Joe nicht kennenlernen, aber das wird wahrscheinlich trotzdem passieren. Jake's Sachen ist immer so knallig und knallig. Just like him. Also Finn und Cassidy, dass die cool sind, das wissen wir ja schon, eigentlich. Jacob ist auch ziemlich cool. Big Joe scheint nicht so cool zu sein. Aber wir werden sehen. True. Anna ist so private about her life. Plus, she probably hates my guts. No. Das wird bestimmt noch, glaube ich, fest dran. Okay, ich habe alles für keine Ahnung, was da steht. Bon, bonjour, bonjour, trittes. Keine Ahnung. Okay, wir gehen zu frühstücken. Wo war dein Aufgaben im Gesicht? Hm. Hm. Das ist nur eine sehr gute Frage. Geil. Aufgaben im Camp, einmal reinigen, Abwasch, Lebensmitteleinkauf, Wassertank auffüllen, Generator auftanken. Ich habe die Duschstellen noch gefunden. Moment, dann muss ich kurz rein. Also hin, nicht rein. Wir schauern wie mal einmal oder zweit pro Woche. Das gibt uns mehr Zeit, um zu chillen. Ich glaube, da ist jemand auf der Website. Das heißt, sie ist sehr nah dran. Oh, aber doch nicht. Dann ist gut. Das ist die Dusche, die hier so... ...so plätschert. Die Dusche, in Anführungszeichen. Um... ...Kamp hasn't killed us, but... ...Legalisation will... Small Farms have to stay in ... Achso, I have to stay in ... in ... in Illegality? Okay. So many missing persons around here. Creepy. Hey, doch so und wieder, hallo. Nichts träglich noch mal. Habt ihr mir vielleicht so ein Special Item irgendwie holt, wenn ich ihn oft genug streichel? Weil ich mein, muss irgendeinen Sinn haben, was da rumläuft, weil ich ihn streichel. Und ich meine, die ... diese Special Sachen sind ja ziemlich fies manchmal versteckt. Wann macht ihr da? Was hab ich ... ich hab's einfach gewusst, ich bin begeistert. Okay. Gamna Zen und hohe Berge, neues Souvenir. Was hatten wir ... hatten wir noch für ein Souvenir drinnen? Im Moment. Dieser Holzbär, ne? Okay, dann tauschen wir das mal aus. Auch wenn's ein bisschen creepy ist, so einen Vogelschädel zu haben, aber gut. Oh, wir haben eine Tagebuchseite. Achso, das war die Zeichnung, okay. Ich wusste es, es musste, es musste irgendeinen Sinn haben, dass der Umlaufmann ihn trotzdem jedes Mal streicheln kann. Ich bin begeistert. Ich meine, solche Souvenirs zu finden, ist echt ziemlich schwer an manchen Stellen. Ich erinnere mich nur an diesen einen Baum im Wald, wo ganz oben drauf ein Souvenir zu sehen war, wo ich mir dachte, okay, gut. So, hier haben wir noch Müsli, äh, Hafebrei, ich, 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 Entschuldigung. Most of them aren't too fancy hippie food. And fast food junk. Well. Coffee out in the wild is the best coffee. Hm. Period. Na dann. What? You hear that? Um, I heard nothing, Penny. Maybe it was the coffee brewer. Nevermind. You can't hear? Only me. I don't understand. Why? How you miss all those insects? How the fuck? The swarm is coming. Ist der ein bisschen drauf? You mean, bugs? I haven't seen many flying bugs. Not in the winter at least. Sean. 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 Narcs, stealth drones, all that shit. Wake up, boy. Look up. You saw them? When? How? Because vision and Sean? They're watching us now. That would be sick for me and Anders to lose the job. The cash is good for us to travel. Same here. Plus this was a steady gig. Don't want to hit the road yet. Tanya won't either. Don't push out at the narc show. Merrill takes care of his peeps. Yeah, he's a major dick. But fair. He always puts us to work every season. Some of us need this shit job. Not the tourists here. Kush did. Not when they legalize that shit. Then you can work legal on the farm, right? Not if the government steps in. Then the pigs. Pill pushers. All bad. It's legal in Washington. And it's worked out okay. It's gonna be legal everywhere. Soon, anyway. Legal but controlled. By who? The bitches who made it against the law. Yay, freedom! I don't know. Things have to change. Oh. Did anybody see Daniel? I haven't seen him this morning. I saw him walking with Finn. They were headed to the lake. Thanks, Ingrid. I better see what he's up to. Tell him no swimming. That lake is toxic, man. He asked. I can't think you're Dutch. Because we... Where are we from again? Sweden. Malmö. You wouldn't hear about it. Hmm. A long way to work on the farm. Yeah. I've been working for three years in a coffee shop to pay for the trip. That shit was worth it. Oh yeah. Good time. Oh man. I wish we came sooner. I feel like we will never see everything now. You did. Got a ride with us, right? You saw the real shit. True. I will miss you too, Penny. She's... She's... Those guys sure know how to live outdoors. They taught me so much already. Uh... I think you forgot something, Sean. You gonna make some more coffee, right? Ach so, ja, sorry. Natürlich. Sorry. My bad. Yeah. Not your coffee, boy. We share. Always. I'm sorry. I'm sorry. Dann wollen wir jetzt aber wirklich mal dahin gehen. Jo. Come on. Once again. Yes! I fucking rule! Holy shit! That was dope! What's up, guys? Morning Target practice? Six bullseyes in a row. Kid is a fucking ninja! Hey, we didn't want to wake your sleepy ass up. Yeah. Thank you for that. You okay, Daniel? Hey. Seriously? I've never seen anyone throw like that. Wow. Then trained you well. Six bullseyes dude. Yeah. I got better. Lucky. You can't throw a baseball without hitting me in the nuts. How did you learn to aim so good? Practice. Yeah. Right. Hey. Wow. What's up with you two? I should have let you know. But I'm watching him like a hawk. Seriously. Much respect. He's like my own blood. And not that I'm as hot or cool as his big bro. Hello. Yo, Sean. Idea. I want to see if Daniel inherited the family blade skills from you. Oha. How about a little demo? It was my turn. Come on. Let's give the man a chance. Okay. Yeah. I'll take a shot. That's what I'm talking about.